Moin und war Marcel vom Team Winz. Es gibt nichts Schlimmeres als kalte Füße während des Ansitzes. Eine wirtschaftliche Alternative bietet eine sogenannte Teelichtheizung. Sie arbeitet nicht nur wirtschaftlich, sondern äußerst effizient. Bis zu sechs Stunden, je nach Art der verwandten Teelichtern, habe ich mollig warme Füße. Natürlich ist die eine Teelichtheizung nicht geeignet, um eine ganze Kanzel warm zu halten. Aber wenn die Füße schon mal warm sind, kann eigentlich nichts schief gehen. Wir empfehlen maximal drei Teelichter zu nutzen, denn diese reichen völlig aus, um wirklich warme Füße zu behalten. Neben der Wirtschaftlichkeit spielt auch die Geräuschlosigkeit und auch die Geruchlosigkeit für uns Ansitzjäger eine große Rolle. Die Eurohahn Teelichtheizung ist aus einem soliden Metallgehäuse gefertigt, lässt sich einfach transportieren und verschließt fest und sicher durch die eingebrachten Magnete. Eine Teelichtheizung ist nicht dazu geeignet, eine ganze Kanzel zu beheizen. Sie sorgt aber ganz klar für warme Füße. Unbeaufsichtigt würde ich sie nicht betreiben. Wir wünschen Waldmannsheil. Wir wünschen